hallo zusammen da sind wir wieder in blotborn im traum des jüngers es müsste jetzt außer lugarius habe ich noch einmal aber ich packe nicht habe weil jetzt gespielt weil ich festplatte speichern erstmal freischaufeln muss da nicht so ne waren wir dann das letzte mal wo waren wir dann haben wir da was gemacht ne mensis Alptown merken wir das speichern Mitte oder da ist er der typ den haben wir gemacht haben wir jetzt die klinik Mikolaj der sie mir ist ok mir ist ihm natürlich wo ist wieder die orientierung erstmal orientieren die orientierung verloren sind da sind wir ja durch alles dann können wir den aufzug nehmen dann haben wir frei wenn man holen ich bin auf der falschen Seite wieder, bloß jetzt nicht da runter, hallo und steht noch da die Tante, die Kiste haben wir geleert, sei doch ruhig ich bring dir dein Baby also ich nicht aber Paula vielleicht, so dann geht es hier rein dann der Aufzug ich gucke was der wieder macht der Typ Zuschauer da steht ein Kinawa, ist der immer durchgestanden oder? keine Ahnung was ich da machen muss bei dem herr, ich will das jetzt einfach nicht mehr schau mal die Animation wieder rein, das ist blöd, wir kommen nicht an die Kinawa ich mache mal einen Screenshot, her auf ach das ist der mit dem Messer, oder? ach du scheisse weg das ist doch der, der sich teilt, oder nicht? was? was? wie wärs denn von unten wohl markiert? was? 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 du scheiße was ist denn jetzt? wieso ist denn das jetzt der Dunkel? boah hizo weg weg bombe oh, das nimmt zu weh wort ach gut die teleportieren noch durch die gegend ach du scheiße ich habe ok wort hat man kann ich doch was doch mal irgendwas blitz vielleicht geht blitz geht doch scheiße trinken wir noch was die scheiß halber achte war merkwürdig ist ja egal wie der hält ok ok langsam und ich am besten hin an aber nicht wenn er so diese drehung macht dann huscht ihnen da mache ich ans acke schaust aber blitz können was bringen zum schluss vielleicht wenn es kritisch wird noch ein molotow ich bin schon wieder auf der falschen seite gib mir mein baby zurück so machen wir den mal gleich Feuer besser oder blitz? was habe ich noch an Feuer? sieben dann machen wir mal Feuer ja 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 das ist ja so geil kein Fall ja 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 ich muss hin ja ja irgendwie vielleicht später kämmerkirung da ja wow dann habe ich ich glaube da greifen wir jetzt besser nicht an bleiben ein bisschen in bewegung bis der durch das muss doch einmal los her oder freunde hätte man uns machen wir was andere in dem blitz papier warte mal warte mal die kennen alles so die arme ach du scheiße 396 weg kein fehler mache jetzt durchschnitt getroffen trinken wir noch Gibt's das? Ich bin so langsam Nee, nicht schon wieder Weg, weg Der andere muss da auch irgendwo gleich aufpassen Wie wohl macht denn der das? Stefft der gar nicht, ja Da liegt was Oh, da hat er noch Tentakel Müssen wir überleben Gar nur da Ich rennte einfach jetzt mal in den Kreis Bis der das fährt Und hoffentlich getroffen zu werden Ah, man Oh Man zieht Oh, oh, oh Warte, ich muss hinan Das ist leichter, klar Wie gemacht Da dreht sich auch noch rum Müssen wir Blitzpapier Weg Weg Weg, 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 weg 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 Okay, das war nix Weg 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 Und das Baby schreit immer noch. Oh, da kommt ja jetzt noch einer. Schauen wir mal, die Blut ist das mit, die Fünfer oder die Drei? Was ist denn jetzt? Wow, das wäre aber jetzt noch einmal ein Drittel einer Nabelschlur. Ui, 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 da ist die Lateine. Jetzt gerade mal kurz schauen, ob wir da noch irgendwo ein Versteck, das Versteck haben. Nö, ne? Oder, oder doch. Ne, ne, das ist ja alles. 72.000, ui, 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 da ist die Tante jetzt, die ist jetzt weg, ne? Da unten. Wofür? Ich glaube, die konnten wir auch töten. Töte. Ich rede mal wieder, mal gucken, was sie mehr ist. Sie schreit nicht, sie weint nicht mehr. Aha. Verschaum im Bode, falls so. Weg ist sie. Ich weiß jetzt auch nicht, was sie hieß. Okay. Gut, das bringt jetzt nichts. Dann zurück in den Traum des Jägers. Sie ist nicht ganz verstanden. Sie haben ja unsere Aufgabe erfüllt, die Ammer besiegt. Und sie hat ihr Baby zurückbekommen, oder so was? Das wäre möglich, ich weiß es nicht. Aber das müsste jetzt theoretisch hier... Ja, die Hütte brennen. Hallo, gute Jägerin. Die Hütte brennen. Das heißt, wir müssten jetzt zu Germann. Das kann man reparieren. Jetzt haben wir nichts. 71.000, können wir nochmal aufsteigen, denke ich. Gute Jägerin, ihr seid gekommen. Der Morgen bricht an. Die Nacht und dieser Traum werden bald enden. Germann erwartet euch am Fuße des großen Baums. Nun gut, die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Was haben wir? Was haben wir? Das können wir zwei Mal. Der Ausbau habe ich schon. Oder die Stange. Zwei gehe ich mal noch hoch. Da haben wir noch... ...hundert drei. Gute Jägerin, ich spüre alte Echos. Sie fließen in euren Adern. Gute Jäger, ich... Okay. Lebt wohl, gute Jägerin. Möget ihr euer Heil in der wachen Welt finden. Machen wir mal. Lebt noch weiter wohl. Gut. So, ich würde sagen, ich mache erst mal einen Cut. Und ich gucke noch mal. Das gibt glaube ich auch... Alternativ... Es gibt ja mehrere Ende. Aber es gibt ja ein alternatives Ende mit... ...mit Germann. Macht's gut, bis denn.